Google, Facebook und deine Daten. Was passiert da eigentlich mit? Ja, moin moin und hallo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Freut mich. Tja, heute geht es um das Thema Google, Facebook und die Daten, die wir so beim alltäglichen Surfen mit unserem Smartphone und unserem Computer eigentlich überall hinterlassen. Ja, was passiert damit? Ganz ehrlich, meine Meinung, ich weiß es nicht. Aber ich würde nicht diesen Podcast geben, wenn ich dir nicht ein bisschen was dazu erzählen würde. Ich sag mal, vor einiger Zeit ist mir so ein bisschen ein Licht aufgegangen, als ich gesehen habe, was Google und Facebook eigentlich mit unseren Daten alles machen. Und zwar, wenn du eine eigene Firma hast oder selbstständig bist und du möchtest gerne Werbung schalten, siehst du eigentlich, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, was jede Firma eigentlich für Möglichkeiten hat. Ja, das Verrückte daran ist eigentlich, dass du dir aussuchen kannst, für welchen Themenbereich du Werbung machen möchtest. Ja, das bedeutet, welche Branche, welchen Bereich. Du kannst dir aussuchen, für welche Altersgruppe. Ich glaube, von 16 bis 65 plus oder so. Ja, und dann kann man das immer noch weiter an bestimmten Kategorien eingrenzen. Ja, also ich sag mal zum Beispiel, möchtest du für Kinder Werbung machen oder sagen wir mal für Pampers, dann kannst du sowas zum Beispiel sagen, wenn irgendwo jemand mal Pampers oder irgendwas von Babys oder Kindern geliked hat, dann wird auch diesen Personen, diesen Kreisen an Leuten das angezeigt. Also du merkst, du hast unheimlich viele Möglichkeiten, das zu spezifizieren, einzugrenzen. Und das macht eigentlich Google und Facebook so unheimlich mächtig. Ja, dir wird auch als Werbender dann auch gleich angezeigt, wie viele Personen du im Monat damit erreichen kannst. Das ist unheimlich krass, also unheimlich Wahnsinn, was die da eigentlich jemandem für Möglichkeiten dadurch bieten. Andererseits sollte das uns allen auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Angst machen, aber wir sollten auch so ein bisschen vorsichtig sein, was wir von uns so preisgeben, weil ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass diese ganzen Informationen gegen uns verwendet werden. Aber man muss schon immer aufpassen, was von uns eigentlich alles so mitgelockt wird, wie man so schön sagt, in meiner schönen IT-Sprache in unserem Bereich. Ja, das ist so dieses Grundproblem letztendlich, was wir alle von uns preisgeben wollen. Da sagst du vielleicht, nee, ach, pass auf, mir ist das völlig egal, was ich hier von mir preisgebe, wenn die da irgendwie was von wissen. Ja, du musst den Schuh einfach auch mal ein bisschen weiter spinnen, du musst das einfach mal ein bisschen überlegen, was hat denn so eine große Firma und ich sag mal Facebook, vor allem Google sind, das sind riesige Konzerne mittlerweile. Die haben dadurch auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einfach ganz, ganz andere Möglichkeiten. Jetzt spinnen einfach mal, wie gesagt, diesen Schuh oder spinnen das Rad einfach mal ein bisschen weiter. Ja, die künstliche Intelligenz wird immer mehr. Wir kriegen in den nächsten Jahren selbstfahrende Autos. Technisch funktioniert das schon seit längerer Zeit sehr, sehr gut, aber es wird auch definitiv zu uns kommen. Es wird unsere Welt ganz schön verändern, diese künstlichen Intelligenzen, also in verschiedensten Bereichen. Und ja, die Robotertechnik wurde ja von Google auch schon sehr intensiv aufgewühlt, sag ich mal, der Bereich. Und ja, man sollte sich immer fragen, wenn Google und Facebook, wenn diese Konzerne immer mächtiger werden, was werden die eigentlich in der Zukunft überhaupt für Möglichkeiten haben? Also, wenn man es mal so sieht, ich habe jetzt, glaube ich, gestern erst gelesen, China führt ab nächstem Jahr ein, dass man bestimmte Dinge immer nur machen kann, wie, ja, die abhängig davon sind, was du für einen Social-Status hast. Ja, das ist sozusagen so ein bisschen so, wenn dich jemand bei Facebook oder so liked, dann, ja, dann steigst du in diesem Ranking halt auf. Und wenn du failst, ja, dann hast du ein Problem. Das ist so ein bisschen wie in dieser Netflix-Serie Black Mirror, falls du die kennen solltest. Ich habe da mal ein, zwei Folgen von gesehen und war doch schon so ein bisschen schockiert. Ja, aber so ein bisschen bewegen wir uns ja leider nun auch in diese Richtung. Also, von daher muss man so ein bisschen aufpassen, wo es dann so in Zukunft hingeht. Ja, und mit diesen Daten kann man natürlich alles über Menschen machen. Wozu nutzen Facebook und Google heute diese Daten? Ganz klar, natürlich, um Geld zu verdienen. Amazon ist da nicht besser, die sind genauso. Ja, es wird alles, was du im Internet machst, suchst und so weiter, wird letztendlich mitgespeichert. Ja, und natürlich sitzt jetzt kein Mitarbeiter von Google da irgendwie im Rechenzentrum und durchforstet deine Daten. Natürlich nicht. Das ist alles heute automatisiert. Ja, das wird in riesigen Datenbanken automatisiert erfasst. Ja, und die sind unheimlich gut da drin, ja, dich letztendlich durch bestimmte Merkmale immer wieder zu erkennen, dass du das bist. Und die sorgen natürlich dafür auch, dass dir immer bestimmte Werbeinhalte angezeigt werden. Ja, wenn du jetzt auf den neuesten Schuh bei Zalando stehst oder dir bei Amazon mal Kopfhörer angeschaut hast. Jeder kennt das, dass dir auf den Seiten da, ja, einfach auch immer passende andere Werbeartikel angezeigt werden. Ja, und das ist vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen ein Grundproblem, aber es führt schon dazu, dass wenn wir heute im Internet allgemein unterwegs sind, immer bombardiert werden von irgendwelchen, ja, Werbeinhalten. Das bedeutet ja eigentlich, du wirst ja ständig manipuliert, egal wo du heute bist. Also, in dem Fall jetzt im Internet, aber auch im Supermarkt und überall, wo wir uns aufhalten. Wir werden von allen Seiten heute bombardiert mit irgendwelchen Dingen. Kauf dies, kauf das, kauf jenes. Ja, dein Leben wird definitiv besser, wenn du jetzt diese neue Uhr hast oder dieses Auto oder diesen Kopfhörer oder was auch immer. Ja, schwierig. Natürlich wird das Leben davon nicht besser. Du hast vielleicht einen kleinen Teilbereich, wo du sagst, yo, genauso wie mit diesen Bose-Boxen. Schöne, nette Sache, aber es ist halt auch nur ein Lautsprecher, ja. Also, man muss da einfach auch mal die Kirche im Dorf beilassen. Und, ja, diese Technologien, diese großen Konzerne verändern definitiv unser Leben. Und, ja, wir müssen einfach aufpassen, ein bisschen gucken, was geben wir von uns Preis. Was möchten wir eigentlich überhaupt von uns Preis geben? Ist uns das wirklich alles so egal, wie wir immer tun? Ich glaube es nämlich nicht, weil wenn später irgendwann dein Arbeitgeber erfährt, ach, guck mal hier, der macht dies und das in seiner Freizeit. Oder deine Krankenkasse möchte später irgendwelche Beiträge nicht mehr zahlen, weil sie durch irgendwelche anderen Systeme herausgefunden haben, dass du Raucher bist, dass du dein Leben lang keinen Sport gemacht hast und dich auch ständig schlecht ernährst. Ja, das sind so Dinge, die könnten, ich will es nicht, ich will es nicht an die Wand malen, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber die könnten natürlich passieren, ne? Und da sollten wir Einzelnen alle ein bisschen aufpassen, dass das auf jeden Fall nicht passiert. Sonst bin ich grundsätzlich unheimlich, ja, wie soll man sagen, kann man dem Ganzen schon relativ optimistisch und positiv entgegenschauen, weil die bieten uns ja im Alltag ja auch unheimlich viele Hilfen. Muss man einfach mal ganz klar sagen, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat, brauche ich eigentlich nicht, weiß ja mittlerweile jeder selber, wie sich unser Alltag durch die unzähligen Dinge jetzt verbessert hat und auch in Zukunft weiterhin verbessern wird. Ja, jetzt habe ich viel gelabert. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Sonntagabend und freue mich wieder, wenn du nächstes Mal dabei bist. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Green Secure. Mehr Freude an IT.